jo liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play far cry new dawn diesmal gucke ich auch bis auf die uhrzeit wir machen heute vielleicht weiter mit selin wie gesagt wie auch immer kann ja alles passieren wie ihr das gerade gesehen dass wir zwischendurch mal ja es kann immer mal ein bisschen was dazu inzwischen kommen wie das jetzt hier gerade auch mit dem kleinen posten hier und alles um und dann einfach mal in rohe aussuchen wollten eigentlich war das noch nicht dass du auf das fahrzeug steigen soll ich habe echt gesagt ich habe keinen bock zu fahren das ist halt far cry da kann passieren kann man die einberechnen so mal gucken wir mal was wir jetzt als nächstes machen ich hätte auch demnächst wollen wir wirklich mit der story begehen weil das sind alles wirklich eigentlich in dem mission hier wirklich hauptmission ist das bisher alles noch nicht mehr das stimmt das sind auch die helfer sind nur neben mission ja helfer farmen das war zumindest ein bisschen eine kleine grundlage haben soll hier wirklich reine die komplett ist doch klar dass es kann man das wieder etwas länges display werden ich kann 45 70 folgen also für uns nicht 47 war uns und frage new primal war leider jetzt bekommt 36 folge gucken wie weit wir sind jetzt aber eh kein limit wenn es 100 folgen sind sind es halt 100 folgen egal aber ich denke nicht dass wir auf die 100 folgen kommen werden ich werde mir auch gar kein land welcher hat ja ich bin mit ausgestiegen so nebenbei gerade ach so du bist schon ausgestiegen ja ja ich fahre fangen zu looten hier ja ich gucke mich gerne mal zwischendurch um das ist ja auch richtig so also nur zwei sechs dinge gibt es zu sehen hier ist wieder motorrad mit beiwagen ich bin in den bunker reingerutscht gerade hier ist wieder ein teil aber hier ist echt nichts interessantes drin in diesem bunker hier war eine gelbe kiste aber hier ist auch so eine so eine wie heißt das komponentenkiste plus neun hier sind sechs stücke insgesamt ich habe drei schon jetzt noch eine noch eine ich habe zwei komponenten plus neun hier oben ja ich genau den die klappe die sehe ich da will ich mich als erstes als nächstes bewegen oder bist ja die die paar dinge die habe ich gefunden ist naja ja gut dann sind die wahrscheinlich was hier oben jetzt müsste ich haben und hinten wo das mutterrad steht ist auch noch was ja ja die beiden dinge sind das war noch eine so dann habe ich jetzt vier ich habe ja ziemlich erfolgreich gestoppt ich sehe mir erfolgreich wird ich behaupten er hatte recht der typ hat ja quasi einige baut er wird ja quasi fünf jahre oder danach zehn jahre zehn jahre oder neun glaube ich oder so was irgendwie so was aber mir fehlt noch eine kiste und ich finde ich jetzt gerade für uns verrecken wenn ich kann ich irgendwas aufmachen ich weiß gar nicht ob mir noch eine fehlt ich denke aber schon ich habe fünf ich weiß es nicht wie viele ich habe ich habe gar nicht mit kiste wenn ich ehrlich bin dann wird er doch angezeigt aber ich habe vier ja mir wird das wie gesagt nicht angezeigt also warte mal hier ist noch was ich bin nicht zu der falschen markierung gefahren also ich bin in der verpicktesten klemme die es je auf diesem planeten gab ich baue diese ähm Kräuter an weißt schon Kräuter frag nicht was für welche die unterhalten uns später mal Céline dann fällt sie mir runter einfach runter über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin und das hat mich vor acht Mangelerscheinungen und vier Infektionen gerettet allein in den letzten sechs Monaten ich kann neues anbauen klar aber mal ehrlich nur unter uns ja das Zeug da unten ist mein Lebensretter ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte ach was bis zum nächsten Monat wir verstehen uns schon hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben kannst du durch Gewalt sterben wie dein Gott es wollte aber eben nicht durch ich im rostigen Nagel gut und dann sind wir jetzt tatsächlich in der nächsten Story Mission durch Zufall gut da müssen wir jetzt auch noch was holen ja da ist die Leiter das lass wir rennen du musst hier drauf balancieren und dann auf die Plattform da unten springen oh Gott aber das mach nicht ich das machst du ich bin ja nicht verklappt ja das war gut oh hier steht übrigens noch eine Kiste ich hab's daneben getroffen ehrlich ja ich bin nicht ganz auf die Plattform ich bin nicht du auch ich bin ein bisschen zu weit das Ding ist zusammengebrochen ne das ist nicht ich bin nicht das Ding ist nicht zusammengebrochen ich bin einfach zu kurz gesprungen habe ich das Gefühl unter meinen Füßen ist das zusammengebrochen ich bin drauf gelandet und dann das wäre eh wahrscheinlich passiert so wahrscheinlich also ja das nehme ich auch gerade wieder so ein bisschen wieder an Mito ja Exodus so dunklen Höhlen die man so gelootet hat oh oh raus hier raus hier raus hier ich hab so gute Idee war das nicht doch das ach so ja gut vielleicht war es doch eine Idee aber weil wir da ja hochzutreiben können ja klar wir müssen uns nur beeilen weil sonst ertrinken wir halt ne so ah jetzt kann man es ja hier hochklettern sehr gut ab gut diese Aussage wir müssen mehr Wasser ja warte mal das muss hier hinten hin Hunde ja ich bin einfach nicht treffen wollen ja ich habe ihn getroffen in der NMinde sägewerk war kurz also hier geht es wieder unter was hauptsache zu klug ist weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht einfach mal reinspringen springen was soll schon passieren ja gut das ist halt die große Frage ich verrecke ich komme nicht weiter ich bin hinter dir schaffst du es hier hoch ist noch ein paar meter und darf sich ertrinken doch aber wirklich so will auf die letzte sekunde ich kann dich supporten sehr gut und dann einmal kurz wasser wir müssen noch mehr öffnen das ist nicht viel aber wo das hier hast du aufgedreht ne das habe ich auch gedreht ja ok muss ich das schließen vielleicht ne ne die Tür nicht auf hier um einen Durchgang zu haben oh hier steht er nie ins gate kreuz hier gibt es bestimmt irgendwo noch ein zweites ventil nein nein was passiert ich habe einfach das ding aufgemacht ok hier sind noch mehr okay wir müssen die richtig öffnen und zwar ich hoffe der muss auf glaube ich der muss so ne der musste bleiben wie der Wahl glaube ich wenn ich jetzt nicht komplett falsch stehe äh keine ahnung äh wie kommst du auf die Idee hier sind so Pfeile drauf wenn du siehst und einmal Wasserausgang und einmal Wassereingang und äh eins von beiden bei der Eingang oder Ausgang muss immer zu sein und das andere offen sein ja man ich gebe schon den Hinweis die Nachlässigkeit beim Wasser würde es doch das Leben kosten also die Nachlässigkeit beim Wassersystem würde es doch das Leben kosten ja wenn du alle Ventile aufmachst und vergisst die Ruhe zu öffnen die das Wasser wieder rauslassen wird das Silo geflutet und wir werden alle sterben ich habe schon genug Prüfungen auferlegt bekommen mit Hunger und Kräger wir haben keinen Vater der unsicht die jungen Jahre führt eine Flut würde sofort zur Strecke bringen alle Ventile aufmachst und vergisst die Ruhe zu öffnen ich muss die Ruhe noch öffnen also Dinge müssten alle aufzahlen aber es müssen die Ruhe öffnen yes jetzt okay jetzt jetzt das Wasser steigt okay halt dein Kopf über Wasser und das mit den Krokodilen was die gerade gesagt hat gefällt mir gar nicht ja mich auch nicht oder mir auch nicht verstehe mich nicht ich weiß nicht was jetzt kommt ich kann mich an diese Mission so gut wie gar nicht mehr erinnern das mit den Ventilen das wusste ich echt noch aber nicht dass du denkst was mit den Krokodilen ja wer weiß ja eben wer weiß ich meine Fakir macht oft dumme Sprüche einfach aber oftmals steckt da was hinter ist da oben schon ausgegangen? ja ich bin hier im Zuglobiet okay alles gut ja hier ist wieder so du war gar nicht so eine gute Idee weil das hat irgendwas egal was du gemacht hast gerade hat mir Schaden gemacht echt? oh ich muss den erst hilfekurs machen äh erst hilfekurs ja erst hilfekurs hey du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser versuch mal die Leiter da ist ja eine Leiter die da aber also hier unten ist kein Krokodil das denn beschäftigt mich richtig mit dem Krokodil ich habe keine Lust auf diese Jumpscares die die mal auslösen ich kenne das nämlich du schwimmst irgendwo schön durch und noch einmal Sack Krokodil oh Schlange hier ist einfach eine Schlange übrigens hier kann man die Schlangen auch plündern ich bin schon gerade dran hier liegt noch die Tarn ins Rieber hallo Tarn hier hinten keiner Bär keiner Bär viel Platz war doch nicht mehr also das ist Operation Munition die brauche ich nicht gerade und wo es Schlangen gibt gibt es auch Krokodile oh nee warte das war Wasser ja wir lagen im Sterben abgestumpft also Sektennotiz wir lagen im Sterben abgestumpft krank und am äh verhungern bis zu uns der Volkspersönlich oben am Seele auftritte alles was er gesagt hat er war eingetroffen und ich hatte es gewusst ganz nie von meinem Herzen wusste ich dass der Vater lebt ich habe mehr Vertrauen in ihn denn je er sagt dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen und das ist in Ordnung weil ich diesen verdammten Ort nie wieder sehen will soll doch alles buchstäblich untergehen steige ihn auf in ein neues Iden ich glaube wir haben Besuch oder ich weiß gar nicht was hier sind Schlangen auf jeden Fall ja ich höre Klapperschlangen so dumm war das gerade gar nicht ich habe das Krokodil gefunden ich habe es gekehlt ich habe mir einfach den Kiefer rausgerissen warum nicht ne ich werde jetzt hochgegeben und hätte jetzt versucht von die Oma zu machen okay dann war das gerade tatsächlich kein dummes Gerede mit dem Krokodil ich habe mich richtig erschrocken Mann guck mal genau das wollte ich verhindern genau das wollte ich nicht ey Hammer was passiert hätte ich aber auch bestimmt erschrocken wenn sowas gekommen wäre ja liebe Zuschauer so ist das halt im Wasser gibt's Krokodile das ist ja irgendwann interessant ist ich glaube nicht ne ich habe zumindest auf einem nichts gefunden hier auch nicht da vorne müssen wir hin oh jetzt wieder so ein Tier ich möchte da nicht dran drehen mit dem Krokodil gerade hat mir gereist irgendwie will er gerade auch nicht okay ja gut ich mach schon ich mach schon ja ich finde dieser stumpfe Humor vom Krokodil ich feiere den voll keine Ahnung ich liebe die Reihe halt voll ich bin wirklich der ist fangürdig hör mal du bist ja voll die Superheldin was super krasses Fitnessgenie du schaffst das ich glaub an dich schacke ich verkrieche aber mindestens die Hälfte der geretteten Kräuter hol mein Zeug okay meine Reiseapotheke nicht vergessen okay bitte hol sie natürlich guck mal ob er nicht trocken bleibt guck mal ob er nicht trocken bleibt hab dich ich liebe dich verfickt nochmal ich werde weiterleben kein Tod für mich kein Tod für dich wir können weiter durch die Landschaft stolpern jawoll sehr gut ja so dann nehmen wir das Zeug da oh du süßes Sahneschnittchen sie ist zurück ho 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 das macht das Leben so viel einfacher jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen ohne drei Wochen später tot umzufallen danke pfff ich hatte eigentlich vor Leuten zu helfen statt Wurzeln und Schrott zu sammeln wie ein dreckiger Messie oder so also hast du was dagegen wenn ich mit dir mitkomme ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen dass du dich super fühlst so Kondition und so ein Kack ich baue mein Zeug einfach da auf ja ja ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles danke nochmal Schnecke cool dass er sogar erkennt dass man wenn man männlichen und weiblichen Charakter spielt ja weil ich bin ja ein weiblichen Charakter was hatte ich zu dir gesagt bei mir sagt die mal Alter Schnecke Schnecke? bei mir hat die mal Alter gesagt so Helferauswahl genau nicht verfügbar nicht verfügbar ok ich habe da keine Helfer verfügbar aber zumindest haben wir nicht das sind Helfer für Prosperity also wir haben jetzt in deinem Dorf haben wir jetzt einen Arzt und den den Karten Typen den Wikipedia Typen haben wir geholt ja ok das war das dann war das tatsächlich sogar eine Mission die gut ist für dieses Dings gut die Frage ist ob wir es dann noch nie weitermachen also es wäre naja obwohl wir nicht ehrlich bin könnten wir hier weitermachen mit der Story Mission oder wir könnten zu Graves Armstrong gehen das wäre jetzt quasi kilometertechnisch egal oder? ja eigentlich wenn ich also taktisch würde ich vorschlagen sprich lass mich überlegen was würde ich denn taktisch vorschlagen gleich nochmal einen Abstecher nach Prosperity machen aber gut dann haben wir die Schnellreitepunkte nicht mehr ja wir haben nicht recht Schnellreitepunkte nicht weil du musst immer bis drehendurch ein bisschen darauf achten dass du deine Prosperity ein bisschen aufbaust und dadurch deine Werkbank verbesserst und all sowas weil die Gegner werden stärker mit der Seite und alles und irgendwann kommst du mit deinen Ausrüstern einfach nicht mehr hinterher also jetzt zurück zu Prosperity das ist die Frage ob es ja schon lohnt oder ob wir vielleicht mal versuchen sollten einen Außenposten einzunehmen um Ethanol zu generieren dann können wir machen ist das egal wenn wir mal hier sind das ist die Frage weiß ich nicht genau also ich glaube hier ist ein wenn ich ich weiß nicht ob du meinen Marker siehst ich glaube hier ist ein Außenposten der blaue Marker ja der sehe ich ja sehr gut der eine von mir der weiß ja das ist egal also bei dir ist er blau aber bei mir ist er halt ja bei mir ist er weiß bei mir ist er blau okay ja gut da ist okay ja gut dann mir ist das egal wir können den Außenposten machen der Außenposten äh vorauslieferung ja das ist äh warte mal hier ist der letzte Kiste das war eigentlich der Plan so sehr gut ich hab das Inquisitor sag mal das war eigentlich der eigentlich war das ursprüngliche Plan stimmt stimmt eigentlich ist immer nur durch Zufall in diesem aber da sind wir zu der sind wir einfach nur zufällig in diese Mission reingerutscht aber hat's ja gelohnt ist ja mein Doktor in Prosperity na das ist gut mit der kannst du jetzt imprint was kannst du mit der denn machen ich glaub deine Mini Picks auf werden war das hm hm ah dann ist er das ist nur eine Vorratszieferung direkt vor die Füße haha mhm sehr schön ich seh deine hässliche Visage ey so hässlich bin ich gar nicht zu spät luden wir das Zeug mal aus weg geholt das ist dann auch erledigt wunderbar du wolltest jetzt ein Ausposter-Texis machen ne also würde ich taktisch vorschlagen das wäre taktisch für euch echt äh ja um halt auch die Schnellreisepunkte zu haben ja ja erstmal das erstmal das zweitens für die Ressourcen halt die du brauchst um zum ausbauen ja gut dann haben wir zum Fahrzeug und machen zu auf aber wie gesagt vorher ich würde sagen wir auch gleich wieder ein Ende der Folge hier hab ich schon auf die Uhr geguckt diesmal sind wir schon bei 22 Minuten oh ja wir haben ja auch schon den nächsten Teil abgearbeitet gut dann machen wir hier Feierabend wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Fuck by Neudon und äh dann machen wir uns auf den ersten Außenposten zu oberen des die 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 die